Herzlich willkommen zur Rechtsprechung in 200 Sekunden. Heute mit einem Fall, über den der Bundesgerichtshof zu entscheiden hatte. Der Sachverhalt lautet wie folgt. Da gibt es den A und er verkauft zwei nicht funktionstüchtige Maschinen an eine Firma. Der Kaufpreis wird teilweise mit Schwarzgeld bezahlt. Der A, der hält es für möglich, dass diese Maschinen nach ihrer Instandsetzung genutzt werden zur illegalen Herstellung von Zigaretten, womit Steuern gespart oder eben hinterzogen werden sollen. So geschieht es auch. Es werden Steuern hinterzogen in Höhe von einer Million. Der Haupttäter wird rechtskräftig wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Das soll uns aber nicht hauptsächlich interessieren. Steuerhinterziehung gehört nicht zum Pflichtfach dazu. Der Schwerpunkt der Frage liegt darauf, hat denn der A Beihilfe zu dieser Haupttat geleistet? Zunächst einmal brauchen wir eine vorsätzlich rechtswidrige Haupttat. Die haben wir mit der Steuerhinterziehung. Dann die Frage, wurde Hilfe geleistet? Die Definition muss man beherrschen. Das ist das Fördern der Haupttat. Und hier in unserem Fall hat er die Haupttat ja schon gefördert. Und jetzt sind wir beim Kernproblem. Wie ist es denn, wenn jemand durch eigentlich berufliches Verhalten, durch den Verkauf von bestimmten Dingen dann eine Haupttat, eine Straftat fördert, macht der sich dann strafbar wegen Beihilfe? Da liegt das Kernproblem. Zunächst einmal, dass das weit im Vorfeld liegt, ist unproblematisch. Bei der Beihilfe ist das ohne weiteres möglich, dass auch viele Verhaltensweisen schon erfasst werden, die im Vorfeld liegen. Die Kernfrage liegt darin, ist das berufstypische Verhalten jetzt straflos? Ist es strafbar? Wo liegt die Grenze? Darüber streitet man sich und es gibt unterschiedliche Ansatzpunkte. Man kann das Ganze in der objektiven Zurechnung behandeln. Man kann das ganze, Stichwort erlaubtes Risiko in der Rechtswidrigkeit behandeln oder im subjektiven Tatbestand. So macht es die herrschende Meinung. Und da sind wir jetzt, nämlich da ist das Problem unterzubringen. Der BGH sagt, grundsätzlich gibt es keine neutralen Handlungen. Jede Handlung kann in irgendeiner Form strafrechtliche Relevanz entfalten. Und so ist es eben auch hier, dass man auf den Einzelfall schauen muss. In unserem Fall löst der BGH das im subjektiven Tatbestand. Und er sagt, wenn der Haupttäter sicher weiß, dass er eine Straftat fördert, dann ist der Alltagscharakter immer verloren, dann macht er sich strafbar, dann solidarisiert er sich mit dem Täter. Aber wie ist es, wenn das nur für möglich hält? Da sagt der Bundesgerichtshof, anders als eine Ansicht, die sagt, da gibt es keine besondere Behandlung, das ist immer strafbar. Da sagt der Bundesgerichtshof, nein, da müssen wir darauf schauen, kannte denn der Täter, also der Gehilfe, kannte der denn die Größe des Risikos, dass er jemandem hilft, der damit vielleicht eine Straftat begeht? Und wenn er sich also so solidarisiert, dann haben wir einen sogenannten deliktischen Sinnbezug. Die Argumente, die liegen in der Berufsfreiheit, dass sonst ja kein Beruf mehr ohne weiteres ausgeübt werden könnte, wenn man immer damit rechnen muss, gleich wegen Beihilfe dran zu sein. Etwa ein Messerverkäufer, der ein Messer verkauft oder ein Semmelverkäufer. Mit der Semmel wird später jemand umgebracht. Da muss man Restriktionen einziehen. Rechtswidrigkeit und Schuld gehen glatt durch. Wir haben also eine Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Zum Schluss ein Literaturhinweis in der Zeitschrift für das juristische Studium. MÜZ Catholic MÜZ lang cambiar Vielen Dank.